Der hat zwei Funktionen weiter. Einerseits führt er den Strom, den es nicht braucht, weiterführen. Und andererseits führt er eben auch für den Personenschutz. Mein Name ist Christian Egli und ich arbeite als Netzelektriker. Das Aufgabengebiet ist recht vielfältig. Da fängt man bei Rohr verlegen in der Strasse rein. Dann ziehen wir die Kabel ein. Entsprechend zu den Liegenschaften an. Dann machen wir die Anschlüsse in die Liegenschaften rein. Ja, wir sind wirklich besorgt, dass wir eigentlich 24 Stunden Strom haben. Etwas vom Beste ist sicher, dass wir nicht statisch jeden Tag am gleichen Ort arbeiten. Sondern dass wir auf dem ganzen Stadtgebiet und teilweise auch ausserhalb unterwegs sind. Mit dem Team zusammen arbeiten, nicht immer alleine. Wir haben einen modernen Maschinenpark, den wir nutzen. Und die Technik fordert auch immer jeden Tag wieder raus.